Halleluja und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Ja, wie ihr seht, bin ich in meinem Zimmer. Ist alles ganz normal. Oder auch nicht. Wow, what happened? Hm. Ich habe vor einer Woche angeteasert, dass ich irgendwas bekommen habe und es noch ankommen muss. Aber ich mich sehr darauf freue, es euch zu zeigen. Und ja, das ist es nun. Und jetzt können wir für immer und ewig einfach mal in Outer Space gehen. Wow. Oder in Minecraft sein. Ey. Ach, die Schnauze. Oder hier hin. Oh, fuck. Okay, wow, das war es eigentlich schon. Ja, ich habe ein Greenscreen. Ich kann jetzt besser streamen oder Videos machen ohne einen Hintergrund. Es ist wunderschön. Wow. Übrigens, falls es euch interessiert, das ist das Elgato Greenscreen. Ich kann es da so einfach hoch und runter schieben, wie ich will. Es ist toll. Ha, ha. Ja, das war die ernste Information, die ich euch mitteilen wollte. Das zweite, was ich euch sagen wollte, ist, ihr habt gemerkt, ich habe jetzt in der Woche nichts hochgeladen. Das liegt einfach daran, dass ich, ja, auf das warten musste, mein komplettes Zimmer aufgeräumt habe, zwei Schreibtische weggenommen habe, einen neuen Schreibtisch gekauft und ihn aufgestellt. Und das sieht einfach geil aus. Ich habe einen Twitter. Übrigens, folgt mir auf Twitter. Link in der Videobeschreibung. Gleich Werbung. Mal ein Bild gepostet, wie es aussieht. Mein neues Setup. Ich habe alles hier aufgestellt jetzt. Wenn ihr es jetzt trotzdem jetzt wissen wollt. So ist es. Wow. Cool, ne? Außerdem hatte ich noch viel zu tun wegen der Schule. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch spielen soll. LP-Adventure-Map werde ich natürlich für immer und ewig eigentlich weitermachen, solange ich Bock darauf habe. Aber das Problem ist, ich habe im Moment keine Adventure-Maps. Ich sollte noch welche bekommen von Maggie Peaks Freak. Aber ich hoffe es zumindest. Oh, ich freue mich schon so drauf. Und, soweit ich weiß, auch noch Leon BBX eine Map. Who knows? Nobody knows. I don't know. Also, wenn ihr eine Map habt, die ihr mir noch einschicken wollt. Geht auch in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Da könnt ihr ihn einfach einschicken. Toll, ne? Okay. Aber so nachdem ich keine Maps habe, brauche ich irgendein anderes Projekt, was ich durchführen kann. Und da kommt ihr vielleicht hoffentlich bitte ins Spiel. Ich habe vier Vorschläge, mal zum Anfang. Aber ihr könnt gerne auch eigene Ideen und Vorschläge bringen. Ich bin offen für alles. Meine erste Idee ist, ich spiele einfach irgendwelche anderen Adventure-Maps. Die halt leider nicht von Zuschauern kommen. Ich finde Minecraft Adventure-Maps immer etwas Tolles. Vor allem, weil es halt auch diese Interaktion zwischen mir und Zuschauern gibt. Da ich mit euch eigentlich direkt sprechen kann. Auf eine Basis, wo die Adventure-Map ist. Und wie ich die finde. Und was vielleicht cooler sein könnte. Oder was vielleicht schon ultra toll ist. Und ich finde diese Interaktion zwischen mir und euch Zuschauern, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob ich das wirklich machen würde oder würde, wollen, wollen, würde, machen, wollen, würde. Ja. Ja. Aber wenn ihr sagt, ich habe voll Bock drauf, einfach Adventure-Maps zu sehen, sagt es mir. Mein zweiter Vorschlag wäre, League of Legends. Ja, ich habe lange schon und einige Videos schon gemacht über League of Legends. Ich bin gerne bereit, dazu noch mehr zu machen. Vielleicht werde ich das sowieso irgendwie machen. Aber wenn ihr sagt, hey, ich will, dass du nur League-Videos produzierst, abgesehen von LPU-Adventure-Maps, sondern ich Adventure-Maps kriege, dann sagt mir das gerne. Bei League ist es halt immer so, dass ich ein bisschen länger brauche zum Editieren, weil ich will nicht ganze Gameplays drauf tun, sondern nur geschnittene Sachen. Deshalb kann es sein, dass ich dann nur ein paar Tage hochladen würde. Aber hey, ihr wisst bescheid. Mein dritter Vorschlag wäre Indie-Games. Indie-Games sind was ganz Cooles, weil ich finde, sie sind oft sehr, sehr kurz, also höchstens so zwei, drei Stunden. Was sich halt echt gut anbietet für Let's Plays, weil ich mag eigentlich, wenn ich irgendwas habe, was ich nur für ein paar Parts oder bis zu zehn Parts oder so spielen kann. Statt so ein 100-Part-Let's-Play, was ein Drittel vom Jahr braucht, bis ich das überhaupt fertig habe. Ich meine, wenn ich jeden Tag ein Video hochlade, dann brauche ich für eine Stunde Gameplay praktisch eine Woche. Außerdem sind Indie-Games einfach meistens sehr abwechslungsreich, weil sie von irgendwelchen seltsamen Leuten, teilweise wie mich, kommen. Und ich einfach denke, what the fuck, wie kommt man auf so eine geile Idee? Es ist auch sehr süß. Ich finde es einfach schön, weil ich sehe einfach, hey, das war wahrscheinlich eine Person, die das gemacht hat. Es ist einfach cool und krass und what the fuck is that? Plus, falls irgendwelche Leute von euch selbst irgendein Spiel mal programmiert haben oder irgendwelche neue Zuschauer kommen, die ein Spiel haben, können sie mir das gerne schicken. Und ich spiele das dann auch. Was wieder diese Interaktion zwischen mir und Zuschauer wäre. You get it? Ich habe eine ganz große Kollektion von irgendwelchen Spielen, die ich mal in einem Bundle gekauft habe. Plus es gibt ganz viele kostenlose Spiele. Und wenn ich ein geiles Spiel finde oder ihr ein geiles Spiel kennt, dann würde ich auch vielleicht irgendwas dazu zahlen, um das spielen zu können. Ja, Indie-Games. Ganz so eine eigene Sache. Vierte Idee, wenn ihr wirklich Bock darauf habt, ab und zu mal wieder Game Development. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich das machen würde oder könnte und wie oft vor allem, weil das braucht auch wieder sehr, sehr, sehr viel Zeit. Aber ich habe Godot. Ich habe Game Maker Studio 2. Grüße gehen übrigens raus an Pizze Freak. Und ja. Also ich könnte so ab und zu mal irgendwas developpen. Wobei ich übrigens eine ganz witzige Idee hätte, wie ich das umsetzen könnte, damit wieder so eine Interaktion zwischen mir und Zuschauer herrscht. Mein fünfter Vorschlag wäre, ich kann jetzt sehr einfach Nintendo Switch Gameplay aufzeichnen. Heißt, ich könnte irgendwelche Spiele auf der Nintendo Switch spielen. Eine Idee wäre da zum Beispiel Super Mario Maker. Da könnte ich dann auch irgendwelche Zuschauerlevels spielen. Andererseits habe ich Zelda. Zelda. Bald Hyrule Warriors. Und ganz viele andere weitere Spiele. Also ich könnte mich eigentlich auch fragen, ob ich irgendwelche Spiele habe, wenn ihr Bock darauf habt. Ich habe sehr viele Spiele. Unter anderem auch Minecraft Dungeons. Was überhaupt nicht ausgelöscht ist. Ich hoffe, ich muss das Video nicht über 18 schalten. Ja, das waren meine Vorschläge. Ihr könnt gerne auch eigene Vorschläge bringen. Und allgemein, ich kann auch irgendeinen Mischmasch aus verschiedenen Sachen machen. Werde vielleicht auch machen. Das Ding ist, ich weiß nicht genau, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr mir also sagt, hey, ich schaue nur Videos von diesem Projekt oder von diesem Format von dir. Dann sagt mir das unbedingt. Wenn ihr sagt, hey, ich finde es eigentlich sowieso witziger, wenn es abwechslungsreich ist. Dann ab in die Kommentare damit. Also es ist wirklich einfach so. Leute, bitte helft mir. I need your help. I need your opinion. I need you. In my heart. In soul. Und ich gehe jetzt einfach mal schlafen. Auch wenn es Mittag ist. Mir ganz egal. Mein Kopf ist... ...tot. Und damit wünsche ich euch einen wunderbaren, wunderschönen Tag. So einen schönen Tag, den ihr euch überhaupt noch gar nie erträumen konntet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüssli, düssli. Und... Tschau. Tschau. Vielen Dank.